Mensch, Jörg! Jaaaa! Belkstoff! Für jeden neuen Kasten und das wird dieses Wochenende getrunken, oder wie das heißt. Ich geb mir ganz viel Mühe. Ich hab den Kasten platt gemacht. Das hast du so richtig eingesessen. Boah, scheiße. Oh, endlich wird Bier rüber getragen. Da kommt jetzt noch viel mehr Nachschub auf uns zu. Das ist die beste Flussüberquerung auf der ganzen Welt. Guck mal, hier vorne sind diese ganzen Bierkästen. Also jeder hat einen Kasten. Hier sind noch mehr Bierkästen. Und im Wasser, da liegen noch mehr Bierkästen. Dieser Schaf schmeckt nach Material. Nach künstlichem. Wir sind schon wieder in einem Biergeschäft drin. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur meine Bier getrunken. Ich auch. Bierpork mit äh... Himmels. Hahahaha.